UNTERTITELUNG Erneut ist in der Kleinstadt Winden ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Nichts wie vom Erdboden verschluckt. Wir werden ihn finden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. In dieser Stadt ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon. Die Frage ist nicht wer die Kinder entführt hat. Sondern wann. Doch immer ist unklar was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Komm los! Mikkel! Mikkel! In der Zukunft? In der Vergangenheit? Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Es muss ein Weg gehen das alles zu ändern. Es wird wieder passieren. Sie? Nein. Es ist zu weit. Sie sind unter. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse muss kommen. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit. Sondern aus welcher Welt. Ich bin hier um dir zu helfen den Ursprung zu finden. Die eine Sache. Die der Anfang für alles ist. In deiner Welt. Mit dem meiner. Heute ist der Tag an dem alles angefangen hat. Wer nun meine will. Sie haben diesen Knoten untrennbar miteinander verbunden. Alles wiederholt sich. Keiner von uns bereit ist loszulassen. Für mich. Ich will endlich wissen was die Wahrheit ist. Warum bin ich hier? Die Apokalypse in deiner Welt. Sie geschieht auch in unserer. Glaubst du es alles? Bis hier alle sterben werden. Wir müssen verhindern, dass es jemals passiert. Wenn es nur eine Welt geben kann. Eine Welt ohne dich. Ist das nicht das, was du wolltest? Du hast mir versprochen, dass es einen Weg gibt, es alles zu ändern. Wir können unserem Schicksal nicht entkommen. Was sind Sie noch von mir? Ich will, dass deine Reise endlich ein Ende findet. Das ist Zeit. Und so beginnt alles neu. Und so beginnt alles neu. Du hast nicht einfach im Westen. Alles увер Certainly noch auf dem Motiv!" Das ist die Zeit.